Einhythmisch lang, gucken wir mal... Ja. hmmm, geradeaus oder? was ist das hier? Das sieht schon aus. Das sieht schon wieder aus. Das ist ja nicht lang. 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 Schnee. Nee, da ist die Straße. Da finde ich das falsch gefahren. Dann sind wir gleich da. Da kommt ein Tor drunter an. Das ist ja schon der Hasen. Das war kalt. Das war kalt. Das war kalt. Das war kalt. Das ist schon ein bisschen Performance. So, angekommen. Beim Wartungszentrum. So, diesen Bohrton müssen wir jetzt zum Hafen bringen. Die ganze Zeit vom Hafen. Das ist ja unser Ziel. Das ist das Wartungszentrum. Schwimmender Bohrton. So. 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 Tonnen sind das jetzt schon, die man da dran hat. Zur Not kann man ja auch noch, wenn man wirklich nicht vorankommt, kannst du ja mit einer Winde einen anderen LKW davor sparen. Und dann geben beide, sofern sie Benzin haben, können beide halt Gas geben. Oder dann ziehen, naja, bis jetzt geht's ja dem Schuh los. Mit, ja, aber ich hatte auch noch, mit alten Lasten. Aber also, ob die kleinen Bäume blitzen, dann haben wir wieder was. Und wir kamen uns hier durch den Matsch. Jetzt wird's natürlich gleich spannend, da an dieser Stelle. Jetzt wird's wieder fest. Aber, ich finde, rettet uns mal wieder das Leben. So, mal gucken, falle ich jetzt um oder nicht? Es bleibt spannend. In dieser Frage. So, so, so. Okay, okay, stopp schon. Nicht so schnell, ne? Wir wollen hier nicht überstürzen. Oh, 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 oh. Okay, alles gut gegangen. Jetzt kommt die nächste Stelle. Die so ein bisschen trittisch ist. Ab und zu mal bremsen. Das ist eine Absicherung. Nicht reagiert. Bisschen Glückwärtshahn. Und geradeaus. Kein Mensch, wo sie gelangt fahren, ey. Okay, das haben wir ganz gut hingekommen. Besser als ich gedacht habe. Ich habe da keine Anzeichen zu sehen von dem, dass wir umfallen. Umfallend. Kein Wendenpunkt. In Sicht. Das ist ein scheiß Matsch, da wäre ich. So lange es geht, geradeaus fahren. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaue dich nicht mehr. Da brauchen wir gar nicht lenken, der fährt so oder so um die Kugel. Wenn er mal wieder reinrutscht in die Spügel. Schöner Stein. Jetzt kommen wir gleich zum Matschloch. Aber erst mal hängen wir mal wieder fest. Vorne hier den ganzen Zug. temple. Und ich denke ich jetzt muss, jetzt. Okay. Entschuldigung, jetzt steht unser Tanker, das können wir nicht mal auftanken. Stopp. abwechseln da rein dann nachkankern das kraftaufstand ist das internett abwechseln weiter gehts mit spritz haben wir auch irgendwie power ab 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 es geht nur sehr langsam voran ab 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 Ich glaube, es ist eine Art Schubahabe. Ich bin die Punkt, der ich weiß jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Musik Da steckt man mit einem Hänger wahrscheinlich drin Irgendwo weißt Musik 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 Manchmal können da auch noch irgendwelche anderen Steine oder so drin sein und dann bleibt man da manchmal hängen und... Musik 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 Wir haben es gleich geschafft hier durch das Loch Musik 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 Okay Musik Haben wir es geschafft durchs Loch mit dem Matsch hier Musik Na jetzt geht es ab weiter zum Hafen Musik 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 Dafür muss es eine gute Entlohnung geben. Ich bin kack hier. Ich bin kassion, ich bin kassion. So, halbwegs normale Straße, trotzdem vereist. Ich bin kassion. 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 und dann braucht man die Weg. Das wäre richtig mies gewesen. Dann wird es, wenn das gerade war. Dann muss ich hin. Ok,わ deynchろrecks habte ich ein bisschen weiter gerade ausfahren müssen. ausgeliefert alles abgeliefert Blackbird ist zu 100% zufrieden vielleicht lässt mich der Boss jetzt endlich in Ruhe das war's fürs Erste so, haben wir das geschafft